So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Rainbow Six Siege mit ARMY Das ist mir gerade einfällt, ich hab an Wagt einfach gar nichts gemacht, ich hab da noch Tim und Korn Oh, das ist natürlich verschissen Das wird ja jetzt lustig Die sind oben und die haben Mute Wen haben sie Mute? Ja, über dem Billardraum Mute Weiß ich und, naja du hast ja Z-Shots, passt ja Ah Wup, schade Kann leider auch nicht, naja jetzt kann ich den anderen vielleicht zugucken Fertig versteckt Bringts auch voll ganz unten zu sein So, Kim und Korn, das wird ja jetzt witzig Man sieht nischt Ich erwarte von mir jetzt keine Hochleistung mehr Doch, ich erwarte immer Hochleistung mehr Jaja, also so dementsprechend was ich damit machen kann Was hat der denn Okay, das ist wirklich seine Spezialfähigkeit So, ich hab jetzt einfach nur mal, guck mal was auf die Chance um zu gucken Ist keine drin Oh, wie spät hab ich denn das gesehen Oh, wie schlecht Ey, warum kann ich hier nicht rein? Da haben wir spät reagiert beide Wie schlecht Kim und Korn, ich sehe nischt Ich hab immer nicht gesehen durch das scheiß Ding Ich hab's leider nicht gesehen, aber Jetzt stelle ich alle ziemlich scheiße an, muss ich mal sagen Also unser Team ist richtig kacke Ich hab extra mir da die Wand aufgemacht Ich weiß nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt Ja, jetzt schieße ich hinten durch die Wand Und töte alle von hinten So, dann kam da noch wirklich jemand Und dann hab ich aber nichts mehr gesehen, nachdem ich So meinen Feuerblitz gesehen habe Oh Mann Hm, ich sehe nichts mehr, aber da war ein Feind Ich schätze mal, dass er irgendwo jetzt inzwischen da ist Ups, tot, naja Ups Haha Der Blackbeard hat getroffen, ich hab's leider nicht gesehen Ja, ja, der hat getroffen Der Typ hat nochmal durchs Fenster geschaut Also durchs Mira-Fenster So, jetzt hat jemand das Mira-Fenster zusätzlich gemacht Das sah sehr witzig aus Da, wo jetzt gerade der, äh Gerlach drauf geguckt hat Da hat er vom Weiten drauf geschossen Na, okay Bzw. der Luke da ja immer noch durch Achso, er hat nen Hammer, deswegen Sledge Okay, ich hab mich grad gewundert Oh, wir hatten das Ding so schnell aufgekriegt Uuuuh Uuuuh Der war mies Der hat auch so das Einzelschussding war, ja 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 Das ist auch richtig geil, das Ding Macht halt gut viel Schaden Ja genau, da hat mich Valkyrie getötet Weißt du, da hab ich's extra aufgemacht mit der Schrot Dass ich da durch kann Dass ich da durch kann Und dann hab ich nix mehr gesehen Und da lieg ich Oh Mann Naja Nächste Runde wird besser Jojo Uuuuh Der war nicht schlecht Der hat aber lange gebraucht, war Ja Findest du? Sie ist ja relativ früh Da kommt doch jemand rüber Hab ich doch gesehen Ja, ich auch Aber irgendwie hat er nicht reagiert Ey, der, vor allen Dingen Der hat Diese scheiß Scheibe doch nur einmal kurz getroffen, oder? Ja Das ist doch richtig scheiße Ja Der Luck war schneller als vier Dann nehm ich's Mute Komm ich mach mal Smoke, ich mach jetzt den Crazy Smoke nach Smoke? Oh Ich dürfte Ach doch, okay Ja, den Crazy Smoke, Alter Hä? Wo ist denn der Gegner? Ah, Alter Das war schon ziemlich geil Also ich glaub besser kann man Smoke eigentlich ja nicht spielen Nee Also in dem Moment hat er das ja richtig nice gemacht Toll So richtig scheiße Ich hab die Drohne nicht getroffen Wollen wir uns da oben auf die Religen setzen? Jo Achso, ich hab gar keine Dings mehr Ey, hier fehlt nur ne Band 10 Sekunden Hier ist noch ne Drohne im Raum irgendwo Wieso denn hier? Ähm Fuck Was denn? Wieso kann ich ihn nicht durch? Ich glaub hier wurde ne Tür schon aufgeschlagen Wieso kann ich ihn hier nicht durch? Oh shit, die sind hier vorne oben Da war jemand Da ist die Tür auch offen Die sind hier auf dem Vordach Warte mal Pass auf Warte mal Pass auf Ich glaub schon wieder ne Tür gehört die aufgeschlagen wird Ich glaub schon wieder ne Tür gehört die aufgeschlagen wird Ja die hab ich diesmal aufgemacht Wenn du in dieser Zone bleibst wirst du von Feinden entdeckt Du wurdest entdeckt Hier oben war ein Loch der könnte von unten kommen Höre Schüsse Hier Hier Ah Wo? Ah Zum Glück nur weg bekommen Ich hab gedacht ich treffe nur meinen Kumpel Ähm Oben Da wo wir sie sowieso schon In den Fang genommen Achso deswegen hattest du Angst den Kumpel zu treffen Ja ich bin nämlich dann unter in den Raum gegangen Weil ich gesehen hab dass sie von oben ein Loch in den unteren Bereich reingemacht hatten Ok Wo ich dachte der kommt vielleicht die Treppe hoch So try again bug Ähm Ich muss immer meine G Taste ersetzen für ne andere Taste das nervt mich Na hast du nicht noch genug Tasten an ner Maus? Na könnte ich überlegen X ist nämlich jetzt mein Marker weil V auch so dumm eklig so dick werden muss Na aber doch gut verteidigt Na definitiv Mit Newt war auch gut Konnten sie die Wände nicht so oft machen So also Da wo wir vorher waren sind sie nicht auch nicht da in der zweiten Etage Ich fahr mal in den Keller Ja Tja schon stellbereich Ok Nix gefunden krass Ach doch wir haben paar Feinde entdeckt Im Keller sind sie auch nicht Die sind wieder oben in der zweiten Etage Ja Zumindest liegt hier Stacheldraht Warum das? Ja wieder oben Mute Ich hab das Gefühl Game laggt Völlig strange War doch früher nie so Ach scheiße Drecks Mute Oh nein Mann Du hast weil ich nicht getroffen hab Scheiße Ah ihr müsstet wieder richten Ich glaube da ist keiner Oh no. Toll. Wo war der? Blackbeard war auf der anderen Seite. Oh nein. Getroffen, aber nicht gekillt. Da im Raum sind zwei Leute. Okay, wahrscheinlich jetzt nur noch einer. Sehr gut. Nice. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisiert. Aber die Waffe zieht mega nach oben, kann das sein? Ja. Also man hat ja dann kaum noch was gesehen. Ja, ja, deswegen. Ich habe vorhin gar nichts gesehen, als ich mit dir nie gespielt habe. Total kacke. Na, aber lief gut. Komm, smoke. Wir smoken erstmal eine. Ja. So, jetzt sind wir hier. Ja. Aber ist ja ekelhaft, wa? Ziemlich. Ah scheiße, eine Drohne ist drin. Na, ist egal. Oder? Ne, ich habe die Drohne bekommen. Kannst du die Seite immuten? Mh. Du, 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 du. Jo. Sorry. Nächste Magazine. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Wand gesichert. Beschütze den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Schüss ein. Da kommen sie von der Seite. Da hinten liegt unser Kumpel flach. Er ist tot. Oh, shit. Das war eine richtige Granate. Ich helfe ihm. Geh doch mal weg. Ich will die Drohne kaputt machen. Oh, wenigstens angeschlossen. Hast du da Probleme? Hier ist einer. Ja. Warte, warte, warte. Der steht. Warte mal. Hinter dir. Da rechts. Der liegt auf dem Boden. Ich lade ein neues Magazin. Geh nicht weiter. Wollt ihr mich hoch? Nein, nicht wenn ich den anderen erschießen kann. Scheiße, ich habe ihn nur verletzt. Wie viel sind noch? Drei. So, einen habe ich noch. Geholt. Hier ist noch einer, Tommy. Bei mir, wo ich gestorben bin. Ich musste noch einen niedermachen. Wow. Smoke-Action. Jo, sehr gut. Ich hatte übrigens noch ungefähr 66% ihres Lebens. Okay. Aktivier mal das Gas. Oder kam die von da? Was? Kam die von da die Blendgranate? Das weiß ich gerade nicht. Ich habe sie bei dir auch nur so, nur Funken gesehen. Aber nicht gesehen, woher die kam. Ja, die ist da. Okay, sie ist da bei dem Kumpel. Der hat sie gesehen. Die ist auf die Treppe. Ging hoch. Wird jetzt wahrscheinlich rüber laufen. Warte, es gibt auch noch Kameras. Es gibt auch noch Kameras. Ich habe leider keine gute Kamera. Ja. Also ich kann dir nur hinten den Raum frei halten. Da, wo du deine Smoke hattest. Da, wo du deine Smoke hattest. Da kann ich mal hin gucken. Er ist drin. Irgendwo ist er. Ich weiß aber nicht wo. Er ist hier. Warte, hier. Ach da. Bam. Headshot. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Nix da mit dem falschen angelegt. Nice. Jo, ich würde sagen, wir sind in einer wunderschönen nächsten Folge von Rainbow Six Siege wieder. Also haut raus. Bis dann. Tschüss.